Wir haben Jil Jappi heute noch getroffen und haben Jil gebeten. Ein ganz feiner Mensch, der nichts Böses über Mitspieler sagt. Wir haben gehofft, dass es bei dir eine Ausnahme macht. Und dann schauen wir mal rein. Was sagt er über dich? Ich kenne ihn seit langem. Ich habe noch nie eine Faschist-Seite von Philipp gesehen. Aber was ich kann sagen, es ist wirklich eine coole Tipp. Sprechen. Mehr Sprechen. Mehr Sprechen. Also der Kabine vor der Jil ist ein super Typ, oder? Jil ist ein unglaublicher Typ, ja. Als er zu uns kam, hat er die Leader-Roll übernommen. Wie er sagt, Sprechen, hat er von Anfang an gemacht. Wobei ich sagen muss, er ist auch nicht der, der im Zeug herumschreit. Vorher sagt er ja der Neve. Genau. Aber er geht wirklich auf jeden persönlich zu. Er will so die Leute anpacken. Und er ist extrem positiv in der Situation, in der er jetzt gerade ist. Selbst mit dieser Verletzung. Unglaublich positiv trainiert er wieder. Er kann eine kleine Schuss-Training machen. Und er ist gut erhofftig, dass er Anfang der Saison zurückkommt. Unglaublich positiver Mönch. Die Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7pm on SportalHD.com A.